Macht noch mal Alarm für das Angelcamp 2. Wow, das sieht aber auch geil aus hier. Wow, Alter, guck mal wie geil das aussieht. Es ist soweit. Regie, sind wir ready? Hier ist der Trailer zum zweiten Angelcamp. Herzlich willkommen zum Internetereignis des Jahres. Das ist der Moment, wo ich merke, ich bin komplett falsch vorbereitet. Oh shit! Wenn ich im Wohnmobil schlafe, schläfst du mit mir. Ist das alles zu sehen? Ich seh dich. Seht ihr uns? Ey, ist der gerade ins Feuer gefallen? Man muss genau hingucken, dann sieht man... Ich weiß, dass jetzt auch im Internet Leute diesen Trailer auseinandernehmen und meinen, sie wissen, wo der See ist. Schwierig! 1,80 Meter Wälse! Sascha, wie willst du ihn rausholen? Ich glaube, er holt mich rein. Alter, ich seh uns schon! Plopp! Du musst mich halten! Wie hältst du mich jetzt? Alter, ich hink dich! Komm! Komm her jetzt! Wir kriegen das hin. Werden wir so ein Viech fangen, was glaubt ihr? Ja, ich glaube auch Sascha wird es sein. Aber er hat vielleicht recht, dass er dann auf einmal... Plopp! Ist er weg. Richtig. Und Grüße gehen auch noch raus. Andi Peter. Wir machen weiter mit dem nächsten Song. Liebe Grüße!